Oh, hallo? Wer sind denn Sie? Elise Müller. Ich bin das neue Hausmädchen. Fräulein Elise, weshalb kamen Sie denn nach Bonn? Ich sollte verheiratet werden. Ah, ich bin die Hoffnung der abendländischen Musik. Ich bin Beethoven. Ludwig van Beethoven. Und alles, was ich komponiere, das ist das... Nicht schlecht. Nicht schlecht? Was lesen Sie denn da? Eine Denkschrift. Wieder die Sklaverei. Interessant. Oh, pardon, Monsieur. Von wem denn? Olymp de Gauche. Na, als Ehefrau verliere ich doch die wenigen Rechte, die ich sowieso schon nur habe. Rechte? Was denn für Rechte? Sehr gut! Wenn du nicht du wärst und ich nicht ich, also schon du, du und ich, ich, aber anders dann... Aber ich will das nicht nur so. Ja, aber es geht doch nur so. Aber ich will das nicht nur so. Ja, aber ich. Untertitelung des ZDF, 2020